Hundefutter, Skandal weitet sich aus. Oder hier, Myfosat im Futter für Hunde und Katzen. Weiter geht's mit Hund im Hundefutter. So krank macht dich die Futterindustrie. Nimm dir mal die Verpackung deines Trocken- oder Nassfutters. Sieh dir mal die Prozente bei dieser Zutatenliste an. Bezeichne einfach mal zusammen. Unser Taschenrechner kommt auf 43,54%. Heißt auch, 56,46% des Futters sind nicht nachvollziehbar. Und wir haben das mit vielen, vielen Futtersorten gemacht. Das ist kein Einzelfall, das ist normal. Das wird also bei deinem Futter auch so sein. Wusstest du zum Beispiel, dass bei Futter, wo steht mit Rind, gerade mal 4% des Futters wirklich Rind sind? 96% davon sind alles Mögliche und du weißt nicht mal was genau. Schau mal hier, tierische Nebenerzeugnisse. Heißt so viel wie Schnäbel, Federn, Hufe, Gebärmutter, Boden oder auch sowas Schönes wie Hühnerköpfe oder Eintagsküppen. Lecker, nicht? Wir finden es halt einfach nur krass, wie dich die Industrie hinters Licht führt und das auch noch legal ist. Deswegen macht es ja auch jeder. Oder auch hier, Geschmacksverstärker. Das sind einfach synthetische Zusatzstoffe, die eine Zuckerabhängigkeit bei deinem Hund verursachen können. Egal ob Übergewicht, Hautprobleme, Verdauungsprobleme oder sogar Tumore. Wir füttern unsere Hunde krank und merken es erst dann, wenn es zu spät ist. Und es ist nicht mal unsere Schuld, da die Industrie so sehr die Wahrheit verschleiert. Deswegen schwöre ich auf Hello Bello. Die haben der Futtermittelindustrie nämlich den Kampf angesagt und sorgen dafür, dass unsere Hunde eine viel gesündere Alternative haben. Das Futter kommt nicht aus der Konserve oder aus dem Sack, sondern direkt frisch aus dem Kochtopf. Und Hello Bello sind damit tatsächlich die ersten im deutschsprachigen Markt. Im Futter sind die besten Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente für deinen Hund enthalten. Und die Nährstoffe bleiben super erhalten durch das schonende Kochen. Was ich hier halt gut finde, hier kommen keine Schlachtabfälle, Knochenmehl, Geschmacksverstärker oder künstliche Farb- und Konservierungsstoffe rein. Eigentlich macht die Futtermittelindustrie also nichts anderes, als deinem Hund den ganzen Tag Fastfood zu verkaufen. Und jetzt mal ehrlich, würdest du ein langes und gesundes Leben führen, wenn du den ganzen Tag noch Fastfood isst? Glaube nicht. Wenn du deinen Hund ungesund ernährst, kann er zwei Jahre früher sterben. So hat nämlich eine Studie ergeben, dass Hunde, die gesund und ausgewogen ernährt wurden, im Schnitt 1,8 Jahre älter wurden. Hello Bello hat mittlerweile über eine Million Gerichte für unsere Hunde gekocht. Und das sagen die Kunden. Zum Beispiel Gary, er hatte immer Verdauungsprobleme, doch seit Hello Bello ist alles weg. Oder auch Bento, er hatte Probleme mit Durchfall, aber mit dem Futter von Hello Bello ist das kein Thema mehr. Sally liebt das Futter, endlich etwas gefunden, was ihr schmeckt. Und deswegen finde ich aus tierzlicher Sicht einfach dieses Frischfutter Hello Bello jetzt eine sehr gute Variante. Futtertest.de hat Hello Bello als Produkt des Jahres ausgezeichnet. Von Qualität, Verträglichkeit, Akzeptanz und der Verpackung. Hier stimmte einfach alles. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch zur Note Sehrgut mit 9,5 Sternen. Nicht schlecht, oder? Das Futter ist individuell auf deinen Hund angepasst. Du musst nur ein paar Fragen beantworten und in zwei Minuten ist es konfiguriert. Kurz darauf hast du das Futter schon frisch gekocht bei dir zu Hause. Tief gefroren, sodass du selbst nicht mal mehr einkaufen musst. Das Ganze ist dein Abo, damit das Team von Hello Bello planen kann, was sie für dich kochen müssen. Damit du nicht mehr am Herz stehen musst. Du kannst das Ganze aber trotzdem risikofrei testen, weil du das Abo jederzeit kündigen oder pausieren kannst. Und auch im Sommer bei hohen Temperaturen kommt das Futter perfekt tiefgefroren zu Hause an. Und alles kompakt verpackt, damit es nicht zu viel Platz wegnimmt. Aktuell gibt es auf 30% Rabatt, damit du und dein Hund es einfach mal austesten könnt. Und falls ihr nicht zufrieden seid, gibt es die 100% Geld-Zurück-Garantie. Ich habe hier unten einfach mal den Link reingepackt, dann könnt ihr es gerne mal ausprobieren und dem Ganzen eine Chance geben, um dich und deinen Partner in Crime zu überzeugen.